Alles aus einer Hand. Seit über 85 Jahren wird bei der Firma Burg auf handwerkliche Qualität gesetzt. Das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, das Angebot umfasst die komplette Gebäudetechnik, einschließlich Dach und Fassade. Mein Beruf ist ziemlich abwechslungsreich. Es kommen in viele Firmen mit Großanlagen und so. Ich kann eigentlich ziemlich selbstständig alles machen. Ich muss mir von keinem was sagen lassen, schreibe mir keiner was vor, wie und wo ich das machen muss. Von dem her bin ich eigentlich recht zufrieden. Das gefällt mir gut. Die Burgfirmengruppe heizt ihren Kunden ein. Erschafft die Versorgungskreisläufe mit Wasser und Strom. Gewährleistet ein dichtes Dach überm Kopf. Und sorgt für Sicherheit. 29,50,1 ausgelöst. 29,50,1. Ich würde sagen, dass wir hier im süddeutschen Raum einer der ganz wenigen Anbieter sind, die das in dieser Komplettheit machen können. Mit der Übernahme von Elektrostotz und Elektroschlegel vor fünf Jahren hat Burg das breite Spektrum an Dienstleistung perfekt gemacht. Seit Mitte 2012 ist die dritte Generation der Familie Burg im Unternehmen. Trotz wettbewerbsbedingter ständiger Modernisierung hält die Firmengruppe an Traditionen fest. Zwar sind die meisten Kunden Großaufträge, der Einfamilienhaushalt kommt dennoch nicht zu kurz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017